Wir haben die Tür gerade eingetreten, weil ich habe meinen Wohnungschlüssel vergessen. Ich muss das schnell machen, dass meine Eltern das nicht merken. Aber ich glaube, die merken das. Hier, guck mal, hier kann man durchgucken. Wir zeigen denen erstmal, wie das von außen ist, wenn ich die Tür zurückkomme. Hallo! Ja, ich glaube, das merken die. Auf jeden Fall. Ey, wir müssen die Tür haltet kriegen. Du kriegst nicht Ärger. Ah, du! Ey, du schaffst schon ordentlich. Ey, kriegst du das, das kriegst du auch nicht hin, ne? Aber warum vergisst du den Schlüssel? Ja, keine Ahnung. Wie krieg ich das jetzt raus? Ja, guck mal, das da ist verbogen. Ja, das ist auch drin. Das musst du erstmal nach hier. Ja, das hat es gar nicht gelohnt, oder? Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, zieh einfach zurück, das Ganze. Ne, dann bricht das alles ab, Mann. Das weißt du selber. Halt dich einfach an mir fest, Baby, wir schweben los. Denk mal nicht an mir jetzt hin. Wir schauen nach unten, versichern. Das war aber nicht schön. Ey, mach das nicht kaputt, Mann. Letzt ehrlich. Ich mach das nicht kaputt. Ich mein das ernst. Wie siehst du hier? Ich mein das gar ernst. Sag mal, bist du ganz deppe? Guck. Das ging schon. Scheiß geht das, bewegt sich kein Millimeter. Doch, guck doch, wie weit schon raus. Oh, richtig. Guck mal, da ist noch richtig weit rein. Ja, ist so, guck. Guck jetzt. Guck mal, wie weit. Ja, schon. Du weißt schon, das hat sich gar nicht bewegt. Und er dachte sich, wow, sagte klar, er dachte sich, weiß, lachte und er dachte sich, nur bitte, komm. Ah! Das ist das Schönste, was du je gesehen hast. Guck mal, das ist sicherlich kein Mann, Mann, stell ich mich so an, an, bin ich jetzt, war gar nicht alles, was ich weiß. Ey, mach jetzt mal kurz. Ey, mach jetzt mal kurz. Ey, mach jetzt mal kurz. Guck mal, das bewegt sich kein Millimeter. Ich schwör, kein Millimeter. Ja, warten doch mal mal. Scheiße. Ja, 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 so. So, Guck mal, das ist so fester, Mann. Klemme mal hier was zwischen. Was? Den Spachtel. Ach, warte. Geht das schon ein bisschen? Ja, es sieht schon ein bisschen besser aus, wie ihr sehen könnt. Fertig.